Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder vor einem anderen provisorischen Hintergrund. Die Situation wird sich hoffentlich irgendwann demnächst mal anders ergeben. Aber so lange müssen wir damit leben. Ich möchte heute über meine Leseliste für den Monat Februar sprechen, auch wenn ich damit sehr spät dran bin. Anders lässt es meine Zeit einfach derzeit nicht zu. Ich kann leider nicht so viel drehen und so oft drehen, wie ich gerne hätte. Ich hoffe, es ist trotzdem für euch in Ordnung. Und als erstes steht auf meiner Leseliste der dritte Band von Sarah J. Maas' Throne of Glass-Reihe. Das ist Here of Fire, also die Erben des Feuers. Und ihr wisst, dass ich die Reihe derzeit rereade und auf Englisch, einfach damit ich das so ein bisschen aufbessern kann, meine Englischkenntnisse. Auf Band 3 freue ich mich mit am meisten, muss ich sagen, aus der Reihe. Denn dort werden einige neue Charaktere eingeführt, die ich sehr, sehr mag, die wir da zum ersten Mal treffen. Das Buch offenbart dann so ein bisschen die Richtung, in die es letztendlich geht. Der Hauptstory sozusagen. Und das Ende ist einfach extrem genial, meiner Meinung nach. Deswegen freue ich mich mit am meisten auf den dritten Band. Band 3, Band 5 und Band 7 waren meine Favoriten der Reihe. Insofern, ja, habe ich jetzt endlich ein Schätzchen da zum Lesen. Ich weiß noch nicht, ob ich alles schaffe, was auf meiner Liste ist, dadurch, dass ich momentan nicht so viel Zeit zum Lesen habe. Es ist sehr positiv geplant. Ansonsten rutscht das halt einfach alles auf die Leseliste der nächsten Monate. Mal schauen. Aber es ist erst mal geplant zu lesen, diesen Monat. Und falls ihr genau wissen wollt, worum es geht, dann schaut gerne in meinen anderen Lesemonaten vorbei. Da habe ich schon so ein bisschen zum Inhalt zusammengefasst. Und ansonsten könnt ihr auch gerne in der Infobox vorbeischauen. Dort ist das Buch verlinkt. Und meistens findet man in den Vorschlägen dann auch gleich den ersten Teil dann hier. Dann möchte ich im Februar auch beenden die Daughter of Smoke and Bone Reihe von Laini Taylor. Das ist der dritte Teil Dreams of Gods and Monsters zwischen den Welten. Ich habe auch schon angefangen. Ich bin jetzt circa auf Seite 234. Das Buch hat aber einfach mal 770 Seiten. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich muss tatsächlich sagen, dass es sich anfangs jetzt so ein bisschen hinzieht. Deswegen muss ich mich da gerade so ein bisschen durchquellen. Ich glaube mal, die ganzen spannenden Sachen passieren dann wirklich mehr so ab der Hälfte, könnte ich mir vorstellen, so rum. Es geht um Karu im ersten Band. Ich kann euch jetzt nicht erzählen, was in Band 2 und 3 passiert. Denn sonst würde ich ja spoilern. Auf jeden Fall geht es um Karu, die fast ein normales Leben führt. Wäre da nicht ihre Verbindung zur Anderswelt? Und etwas hat es auch mit ihr auf sich, das ihre Vergangenheit betrifft, dass man ihr verheimlicht. Was ihre Herkunft betrifft, was ihre Vergangenheit betrifft, ist ein sehr, sehr großes Geheimnis. Und es ist ein sehr, sehr großer Knall, mit dem es dann auch offenbart wird. Und was das alles für ein Rattenschwanz mit sich herzieht. Sehr, sehr, sehr cool. Eine sehr fantastische Welt, könnte man sagen. Ein sehr, sehr schöner Schreibstil von Laini Taylor. Ich kann euch die Geschichte wirklich bisher wärmstens empfehlen, auch wenn sich Band 3 jetzt aktuell so ein bisschen zieht. Aber dazu kommen wir dann im Lesemonat, wenn ich das Buch wirklich beendet habe. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, was dann auch spontan auf meine Leseliste gesondert ist. Nämlich Dare to Trust von April Dawson. Es geht um einen ganz erfolgreichen Geschäftsmann, einen Millionär. Sein Name ist Hayden Millard, der auf einmal in der Situation ist, seiner ehemaligen Mitschülerin einen Job anbieten zu können. Und diese ehemalige Mitschülerin hat ihn früher in der Schule offenbar nicht ganz so nett behandelt. Er ist scheinbar so ein bisschen gemobbt oder sowas. Und er denkt sich, jetzt ist er ein Drücker, jetzt ist er quasi der Boss. Er kann ihr den Job anbieten und kann dann vielleicht auch sich ein bisschen rächen und das ihr heimzahlen, dass sie ihn früher so scheiße behandelt hat. Entschuldigung. Auf jeden Fall kommt es dann anders, als man denkt. Denn Gefühle kann man nicht einfach so austricksen. Und das klingt nach so einer typischen ja, Enemies to Lovers Geschichte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich liebe ja Geschichten, wenn die sich anfangs nicht leiden können und dann aber am Ende es doch in Liebe endet. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt auf das Buch. Dann möchte ich im Februar den dritten Band der Hexenschwestern-Saga von Mara Wolf beenden. Es ist Sister of the Night. Es ist ein wahnsinnig dickes Buch. Hammer. Ich freue mich so, so, so doll auf dieses Buch. Denn Band 2 hat mich einfach auch wieder sprachlos zurückgelassen und ich kann überhaupt nicht erwarten, was in Band 3 passiert und wie es weitergeht mit den drei Schwestern, die wir begleiten. Vian, Emé und Mal. Das Ganze spielt ja in so einem französischen Setting und es geht um Hexen und es geht auch um Dämonen, gegen die sie dann kämpfen müssen oder gegen die sie ankommen müssen, die quasi drohen, die Welt zu überrennen, wie wir sie kennen. Und das wollen natürlich die Hexen nicht und auch die, ja, anderen Hexen. Es gibt noch mehr Hexer und so weiter. Ich bin extrem gespannt und es gibt natürlich auch so ein paar Liebesszenen in den anderen Bänden mit drin oder so Love-Interest-Geschichten. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ob es dann Happy End gibt oder nicht. Ich kann es nicht erwarten. Vielmehr kann ich zum Inhalt leider überhaupt nicht durchblicken lassen, denn es würde einfach zu viel spoilern. Schaut euch gerne meinen Lesemonat November an. Da habe ich den ersten Band gelesen und da erzähle ich so ein bisschen mehr zum ersten Band, falls euch das interessiert. Ansonsten ist ja auch wie immer alles in der Infobox verlinkt, also der dritte Band. Wenn ihr da zum Beispiel auf den Talia-Link klickt, ist es so, dass wenn man dann so ein bisschen runterscrollt, da auch die anderen Teile der Reihe aufgelistet sind. Das heißt, da könnte man dann auf den ersten klicken und sich nochmal den Klappentext durchlesen. Was ich euch dringend abraten würde, ist, wenn ihr Band 1 und 2 nicht kennt, hier den Klappentext zu lesen, denn der spoilert extremst. Also lasst das auf jeden Fall. Passt da auf. Und ja, ansonsten freue ich mich jetzt schon. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich auf das Buch freue? Ich glaube noch nicht. Ich freue mich drauf. Dann möchte ich auch endlich Kenzie und Lyle kennenlernen, nämlich aus dem Buch Don't Love Me von Lena Kiefer. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das ist ja auch so eine ähnliche Situation wie bei Dad to Trust mit diesem Hate, Love, Interest, wie auch immer, dass die beiden sich wahrscheinlich anfangs überhaupt nicht leiden können und dann hoffentlich am Ende, das weiß ich ja nicht, doch irgendwann mal zusammen enden. Das Ding ist nur, hier gibt es drei Bände und der dritte kommt im März raus. Deswegen will ich jetzt auch so langsam mit der Reihe mal anfangen. Aber das könnte natürlich sein, dass hier am Ende erstmal noch ein krasser Cliffhanger ist. Prinzipiell geht es darum, dass Kenzie eine Designstudentin ist und Lyle ist, glaube ich, so ein Hotelkettenerber, könnte man sagen, also so aus einer reichen Familie kommt er jedenfalls und die beiden sind halt komplett aus verschiedenen Welten und lernen sich dann kennen und eigentlich können die beiden wahrscheinlich gerade überhaupt nicht gebrauchen, dass sie sich verlieben. Let's see what happens. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich lese das Ganze auch als Bundle Read und da freue ich mich auch schon sehr drauf, mich dann so ein bisschen austauschen zu können und hoffe, dass mir der erste Band gefällt. In den zweiten habe ich auch schon zu Hause und in den dritten habe ich auch schon vorgestellt. Dann ist inzwischen bei mir angekommen The Invisible Life of Eddie LaRue von V.I. Schwab und es ist ein englisches Buch. Es ist diese Illumicrate Special Edition, also das Buch mit dem Cover. So gibt es leider nicht irgendwo zu kaufen. Das war eine limitierte Edition von Illumicrate und ich lese das jetzt auf Englisch. Das habe ich euch auf Instagram auch schon öfter gezeigt und erzählt. Mein Plan ist, das im Februar auch zu beenden. Ich bin jetzt gerade auf Seite 144 von, ich glaube, so 550 oder so. Also noch nicht ganz so weit. Ich muss aber auch sagen, das liest sich schwierig, denn der Schreibstil ist extrem, ja, poetisch könnte man sagen. Und meine Englischkenntnisse sind zwar gut, aber die beziehen sich mehr so auf den umgangssprachlichen Austausch. Also ich schaue viel YouTube zum Beispiel und wenn jemand da über Bücher spricht oder über andere Themen, die ich mir gerne anschaue, dann sprechen die ja nicht in so einer hochtrabenden, poetischen Sprache, sondern eben ganz normal, wie man sich unterhält. Und deswegen muss ich öfter anhalten, um Wörter nachzuschlagen, denn ich will auch wirklich alles verstehen. Und ich habe angefangen, mir ein Vokabelheft zu machen und auch wirklich Karteikarten und wirklich die Wörter zu lernen, die ich nicht kann. Damit bin ich jetzt auch schon ganz gut gefahren, denn tatsächlich wiederholen die sich des Öfteren und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich ein Wort lese, was ich extra gelernt habe und dann weiß, was es heißt. Das ist wirklich wie so ein kleines Erfolgserlebnis, deswegen freue ich mich da eigentlich auch drüber, auch wenn es natürlich wahnsinnig lange dauert, dieses Buch zu lesen. Jetzt habe ich total viel darüber gequatscht, wie ich es lese und überhaupt nichts zum Inhalt erzählt. Es geht um unsere Protagonistin Eddie oder auch ihr voller Name ist Adelaine, die in Frankreich lebt, um die 1700 irgendwas, 1714 glaube ich und die verheiratet werden soll, was sie aber überhaupt nicht möchte, also quasi wie so eine arrangierte Ehe und sie möchte das aber einfach nicht und sie flieht darauf hin und betet zu den Göttern, aber es antwortet kein Gott, sondern etwas düsteres, magisches, anderes und sie geht darauf hin einen Deal ein, quasi wie so ein Faustdeal, könnte man sagen, der leider einen kleinen Haken hat und daraufhin ist sie verdammt, ein Leben zu führen, in dem alle Menschen sie vergessen. Das heißt, wenn sie sich mit jemandem unterhält und derjenige verlässt den Raum und kommt wieder zurück, weiß er nicht mehr, wer sie ist und das ist natürlich ein sehr, sehr einsames Leben und wir begleiten sie dann eben, das Buch springt immer so ein bisschen hin und her zwischen den Sachen, die früher passiert sind, also 1700 und und zwischen den Sachen, die heute passieren, 300 Jahre später, 2014 in New York, das ist nämlich der andere Teil des Deals, sie ist quasi unsterblich, aber was ist das für ein Leben, wenn alle Welt dich vergisst und du einfach nirgends jemanden hast, mit dem du dich unterhalten kannst, weil ja deine Freunde, die du vielleicht einen Abend mal kennengelernt hast, dich ja nächsten Tag nicht mehr erkennen, also es ist schon ziemlich krass, dieses Thema dahinter, ich finde es sehr interessant und bisher gefällt es mir auch extremst gut, wirklich sehr, sehr schöner Schreibstil, aber man kommt sehr langsam voran, zumindest ich komme sehr langsam voran. Und was dann auch noch auf meiner Liste ist, ist Clockwork Angel und Clockwork Prince, ich hoffe, das ist der zweite Teil, ich weiß es gerade gar nicht, die Chroniken der Schattenjäger, das lese ich ja zusammen mit anderen lieben Mädels auf Instagram im Rahmen des Shadowhunter Readathons, von dem ich euch schon mal erzählt hatte und tatsächlich ist es so, dass ich beim Einsatz auch schon angefangen habe, ich bin schon über die Hälfte hinaus. Wir haben das so geplant, dass wir vom 1. Februar anfangen mit Clockwork Angel und zwei Wochen Zeit haben, das zu lesen und ab 15. Februar starten wir dann quasi mit Clockwork Prince, dem zweiten Teil. Ja, deswegen, ich bin schon ganz gut fortgeschritten, es geht hier um Tessa, die nach London kommt, weil sie ihren Bruder treffen möchte, dort angekommen dann aber feststellen muss, dass ihr Bruder verschwunden ist und sie gerät dann an das Schattenjäger-Institut, wo sie mit Schattenjägern zusammen quasi sich auf die Suche nach ihm begibt, aber nebenbei entwickelt sich natürlich auch noch so ein bisschen was zwischen ihnen, ihr und zwei Jungs, die dort in diesem Schattenjäger-Institut sind, nämlich Will und Jam und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, denn gerade geht es so ein bisschen in die spannende Phase. Es ist ein sehr, sehr cooler Schreibstil, wie ich finde, ein bisschen zu vergleichen mit Nevernight, fand ich, so vom Worldbuilding her. Dadurch, dass es auch, ich glaube, 1800 irgendwas spielt, ein ähnliches Setting wie bei Nevernight, also einfach keine moderne Welt mit Handys und mit Schusswaffen oder sowas, sondern halt mit Schwertern und Stilets und irgendwelchen Damenkleidern und so, also ich finde das ziemlich cool. Ich finde es auch schön, dass am Anfang so ein bisschen mehr von diesem Schattenjäger-Universum erzählt wird, also dass man so ein bisschen noch die Feinheiten kennenlernt, weil Tessa das quasi selber gar nicht kennt und wir entdecken zusammen mit ihr diese Welt. Das finde ich sehr gut, weil ich halt kompletter Einsteiger bin in diese Reihe. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass ich Band 1 definitiv schaffen werde im Februar, Band 2 hoffentlich dann auch und ich bin, ja, neugierig, wie es weitergeht mit Tessa. Dann war das erstmal meine Leseliste für den Monat Februar. Es sind ein paar Bücher drauf und ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle, dass ich alles schaffe gerade. Es ist irgendwie doch mehr, als ich mir vornehmen wollte, aber so ist es nun mal. Und zwar schiebe ich dann einfach irgendwas auf den März, mal schauen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch Leselisten macht und wenn ja, was auf eurer Leseliste so draufsteht für den Monat Februar, würde mich sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns gerne auch beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!